ich bewerte eure teams in fifa mobile 22 schön dass du wieder eingestellt dass dir zu einer neuen folge hier schön auf dem sonntag heute abend geht es richtig ab heute abend gibt es ein schönes geiles name-up pack unbedingt darauf könnt ihr euch schon freuen um 20 uhr das heißt heute wieder zwei fifa mobile videos am start ihr habt wieder zahlreich kommentiert mit euren teams wie ihr daran teilnehmen könnt es gibt eigentlich einmal in der woche ich bewerte eure teams und da bei jeder folge könnt ihr mit eurem team namen kommentieren also drei dinge müsst ihr kommentieren euren fifa mobile namen der steht oben links euren euren liga namen wenn ihr in einer liga seit ansonsten schreibt ihr liga keine und eure derzeitige gesamtbewertung das sind die dinge die ihr kommentieren müsst und dann ist eventuell dein team in der nächsten folge dabei ganz einfach ganz einfache mathematik und wir starten mit dem nicht drogen nicht drogen ich hoffe ich finde nicht drogen ich hoffe ich habe es auch richtig geschrieben und nicht drogen ist da direkt new liga new 116 alter junge 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 für 116 kriegst du vier punkte kollege schnüschu und er hat einen toni groß finde ich geil nennen lassen tor ist sehr geil andere fahrt die lukaku chimikas lengle ito babu und henderson also gibt es gibt spieler die ich extremst geil finde es gibt spieler die ich nicht so ganz nachvollziehen kann ich gebe dir aber trotzdem vier und vier plus vier sind acht acht von zehn für dich und dein team und vielen vielen dank für deine einsendung und wir gehen rein ins zweite team und das zweite team kommt vom krisi krisi aber mit h da war ich gerade lost krisi jetzt haben wir es krisi und das ist direkt der erste kollege 114 mit frank riverie mit ronaldinho mit eto mit dembélé groß walverde montiel riminès endicker günther raikovic ja sieht schon geil aus ich glaube ich muss ganz kurz zur tür weil die post kommt aber vier punkte gibt schon mal hoch gesprittet runter gesprittet hoch gesprittet runter gesprittet ich bin außer atem wo war noch hingeliegend vier punkte plus vier punkte acht also vier für nee gar nicht wahr vier plus drei sieben sind sieben von zehn bei 140 gibt es drei punkte schlaue liste am start sieben von zehn für dich dann drittes teamchen matteo grüße gehen raus an matteochen matteo batata liga deutschland finden wir matteo auf den ersten blick würde ich sagen sieht schlecht aus heute ja matteo es tut mir leid es tut mir leid es ist kein matteo am start aus der deutschland liga aber vielleicht haben wir noch jemanden dabei in auch in der deutschland liga und dann kann ich dich quasi so überträgt 17 finden dann edinburg 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 golfer city da ist er 116 dafür gibt es vier punkte und der hat ein kollege hat nen laura matthäus und nen pödo sehr geil messi rafael leao lukako havas roberto carlos marquinhos upa montiel und keila navas 116 vier plus vier sind acht acht von zehn für ihn edinburg stabiles team stabilo wie ein stift dann haben wir den guten spitzi 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 gibt es nicht da ist er revolutionari marischmari 112 dresden bist du dresden fan sgd ich habe mal in dresden gewohnt geile stadt muss ich sagen 112 dafür gibt es drei punkte drei plus also bei dem team bin ich eher bei drei auch wenn das mittelfeld extremes geist wml götze lona matthäus bülo aber so alles andere als er so ake was telles ja komm drei plus drei wir können jetzt nicht jedem team vier punkte geben drei plus drei sind sechs für die sechs von zehn für dich spitzi ich hoffe das ist okay dann der fc der fc manchester fc manchester united fc manchester finden wir im fc manchester aus der liga french league müsste das stabiles team sein also 117 hat er angegeben 117 vier punkte sind safe in figo in kane in torresen matthäusen steutschkopf kunati händersen lengle das ist für mich eine klassische vier und eine klassische vier plus eine klassische vier sind acht acht von zehn dann haben wir den kurt kurt mit zahlen nämlich mit null für null kurd null für null ehrenbruder kurt german stars null für null hsv fan dann david yunis wang hishan den messi den leaunen polo wijnaldum zernetti roberto carlos riminis lengley casillas also ich weiß nicht was heute los ist aber heute ist eine klassische vier plus vier folge vier plus vier sind acht auch für dich kurt acht von zehn für dich ja okay bei dem namen weiß ich nicht so ganz ob wir dein team finden ja es heißt einfach nur cool cool aus der liga deutsche elite ich glaube das wird relativ schwer weil cool glaube ich nennen sich einfach ganz viele ja ich hatte recht ich hatte recht ich hatte recht es tut mir leid cool cool jung ja jetzt auf youtube cool heißt auf youtube suri kata suri kata tut mir leid ja okay das ist auch ein name 16 firefox 16 da ist er ich wollte schon sagen finde ich ihn nicht 117 ganz ganz knapp ganz ganz knapp 118 im letzten gibt es fünf punkte riveri torres david sancho vidal sabica de brei hakimi cancelo marquinhos gil im kasten ja auch wieder also wie nenne ich die folge vier von vier folge vier von vier ne vier von ne vier mal vier acht ne quatsch egal acht von zehn will ich auf jeden fall oh festhalten es könnte die erste nicht vier plus vier bewertung geben bbs 8 ne falsch bbs 1 doch nicht troll oder einfach oder muss ich das großschreiben ich schreibe es mal groß ich schreibe es genau so wie es jetzt in den kommentaren steht bbs 8 s 1 man s 8 wieso s 8 immer wieso habe ich s 8 im kopf es gibt kein gibt keinen bbs 1 ich weiß auch nicht warum aber genau so wurde es kommentiert dann haben wir den fuf fuf junge und ich weiß auch nicht was ich noch machen soll ne ich sag doch jetzt schon immer am anfang des videos wie ihr das kommentieren sollt und dann gibt es leute die einfach nur ihren teamnam reinschreiben oder sonstwas und aus der schlacht fuf gtm aus der schlacht die liga schlacht die sauber eine dreierkette mit mast schummelz mast schummelz giorgio chelini langley ja ok das ist für eine dreierkette finde ich die dreierkette aber sehr langsam muss ich ehrlicherweise sagen lancini torres sind jaden sancho heumin witzel oedegaard berardi und umai simon gebe ich dir vier punkte 119 kriegst du fünf extra das heißt neun von zehn der fuf gtm aus der schlacht die liga hat die spitzen bewertung heute neun von zehn hatte heute noch gar keiner gg und das letzte team kommt vom jojo club the jojo club aus der mo liga mit 116 mit cr7 mit rashford mit sancho mit renato sanchez mit pölo mit kien mit roberto roberte carlos wittich arnold upamecano hättest du jetzt 119 wärst du ein kandidat eventuell für 10 von 10 9 von 10 auf jeden fall also 9 von 10 aber jetzt so kriegst du 8 von 10 weil 4 plus 4 sind 8 8 von 10 die folge heißt heute irgendwie 8 von 10 ich weiß auch nicht Leute lasst ein like, lasst ein abo da wir sehen uns heute abend wieder zum name up back unbedingt das wird wild ich bin raus und bis zum nächsten mal Ciao